Einen wunderschönen guten Morgen liebe Kanalmitglieder, hier ist der Frank Schuh von Elliot Weber Live. So, heute geht's los. Ich möchte mich zunächst mal ganz ganz herzlich bedanken, dass bereits so viele die Möglichkeit der Kanalmitgliedschaft genutzt haben. Und ich sag euch eins, das ist natürlich motivierend. Natürlich macht das mehr Freude, wenn eine Form der Anerkennung da ist. Euch danke ich ganz herzlich dafür und ich mache dieses kurze Video nur als Teaser, weil ihr kriegt dafür natürlich auch von mir etwas zurück. Und zwar eine ganze Batterie von Analysen. Sobald dieses Video gleich hier abgedreht und hochgeladen ist, geht es los. Ihr werdet mindestens heute alle neun Märkte bekommen, die auch im Algorithmus natürlich immer vorkommen. Von DAX bis Silber, alles dabei. Und dann werde ich diese Märkte einmal am Tag, manchmal auch mehrmals am Tag aktualisieren müssen, wenn das erforderlich ist. Also so wie gestern zum Beispiel, hatten wir in den Indies einen starken Rücklauf und dann muss ich zwischendurch nochmal Anpassungen vornehmen. Das heißt, dann gibt es auch zwischendurch Updates. Ich empfehle euch auf jeden Fall, dann die Glocke einzuschalten, damit ihr das dann mitbekommt. Denn da soll ja auch ein bisschen ein Frühwarnsystem dabei sein. Und wenn dann diese neun Märkte durch sind und ich dann noch Zeit habe, aber das wird dann wahrscheinlich eher über die Weihnachtsfeiertage passieren, und da arbeite ich natürlich auch, dann mache ich noch weitere Märkte über diese neun hinaus. Also seid gespannt, freut euch. Ich versorge euch hier mit fundierten, professionellen LDW-Analysen. Natürlich liege ich auch manchmal falsch und auf jeden Fall muss eine Analyse immer wieder angepasst werden. Punktlandungen bei Ausdehnungen oder bei Rückläufen kommen halt eben sehr selten vor und sind eher Glück als können. Das heißt, hier bitte ich euch, das immer zu berücksichtigen. Kleine Abweichungen sind völlig normal. Dankeschön und viel Vergnügen heute mit den ganzen Analysen. Euer Frank Schuh von Elja Traver live.